Samsung hält. Wie deine Freunde dir aushelfen können, wenn du keinen Akku mehr hast. Hey, ich bin Katja und wenn du mehr davon sehen willst, drück gerne auf Plus. Zieht dafür oben die Leiste zweimal runter und geht auf drahtlose Energie. Und schon kann man auf der Rückseite seines Handys andere Handys laden. Oder sogar Airpods und Smartwatches. Wie praktisch einfach, um sich gegenseitig auszuhelfen. Schickt das unbedingt mal der Person, der ihr aushelfen würde.